Was ist das Brennig für die Riege des europäischen Kinos? Aber Tscheche in dieser Hinsicht. Und das ist ja eine Art von Kino machen, die sich völlig befreit von der Verantwortung dem Drehbuch gegenüber. Es gab schon viel Irrsinn in den 70ern und Ausprobieren und auch im deutschen Autorenfilm hat man auch irgendwie sich einiges getraut. Aber das ist alles von einer Lust, es zu einem völligen Spiel werden zu lassen. Plot egal, Figurenführung egal, aber alles von größtmöglicher Zärtlichkeit für die Momente, für den Augenblick. Jeder interessante filmische Augenblick im Drehbuch wird sozusagen durch Brennig nochmal verzehnfacht gewissermaßen. Und es ist auch seine wahnsinnige Liebe zu Figuren, das merkt man schon. Also man spürt, wie sehr er die Schauspieler auf Händen getragen hat. Frauen oder Männer, ganz egal, wie er ihnen quasi so eine tiefe Zuneigung hat angedeihen lassen, die sie dann auch wirklich sich traut, sich trauen zu entfesseln. Also auch sich komplett loszulassen vor der Kamera. Ich glaube, dass ihn die Weibchen wahnsinnig an diese tschechischen surrealistischen Sachen irgendwie erinnert haben. Und dass er da durch den Plot und durch die Grundsituation der völligen Umkehrung von allem sich quasi aufgefordert hat dazu, gefühlt, alles nochmal, also nochmal die letzten Reserven zu mobilisieren an radikal Avantgatismus. Das glaube ich schon. Es geht bei ihm immer so um so Grunddinge des Lebens, eben um Freiheit, um Ausleben. Sein Blick ist sicher ein vollkommen libertinärer, glaube ich. Und ich glaube dem im Sinn, dass die Kunst alles darf. Insofern ist der Blick auf Brennig zurück schon nicht gerade unnostalgisch, das muss man schon sagen. Also man kriegt als Regisseur, wenn man diese Filme sieht und diese Ideen wertschätzen kann, die der da irgendwie im Dutzend auf uns runterprasseln lässt, dann kriegt man auch Tränen in die Augen, weil man so das Gefühl hat, was im Genre, im, wie soll man sagen, in der Dutzendware, also im Tagesgeschäft, im Filmischen gewissermaßen, diese Fantasie. Eben nicht im Sinn von, ich bin der große Auteur und ich möchte eine goldene Palme, sondern im Nebenbei sowieso, wenn es er nicht macht, macht es jemand anders. Nein, er macht es und er macht es aber dann auch wirklich so komplett auf seine Weise. Also im Handwerklichen, in Anführungszeichen, eine solche Kunstfertigkeit, das ist schon wirklich selten und großartig. Ich glaube, da ist ein manchmal sarkastischer, aber doch ein großer Humanist irgendwie am Werk.